Moin moin liebe Achievement Hunter, wir sind bei Sartarion im Obsidium Sanctum, dem einzigen Boss im Grunde genommen. Im 10-Spieler-Modus, das Ganze könnt ihr natürlich auch im 25er-Spieler-Modus machen für den Erfolg, Tanz auf den Vulkan. Dafür dürfen wir nicht einmal von einem Lava-Stoß erfasst werden. Ich meine, es geht, wenn ihr den Boss sofort umklöppelt, dass ihr den Erfolg bekommt. Ich habe hier absichtlich einmal auf eine Lava-Wand gewartet, um euch das Ganze zu zeigen. Und wie gesagt, es darf sich einfach kein Mitspieler davon treffen lassen, wenn ihr das Ganze alleine macht, halt ihr selber nicht. Und danach den Boss umboxen. Ja, und dann habt ihr das Achievement auch, könnt ihr natürlich mit dem anderen Achievement hier drin machen, wo ich auch erklärt habe, wo der Eingang und so weiter ist. Das ist übrigens die Lava-Wand, da muss man einfach aufpassen. Die kann von rechts, die kann aber auch von links kommen und ihr seht, Boss tot, er folgt da. Geile Scheiße. Danach geht es eigentlich nur noch ins Auge der Ewigkeit. Wir sehen uns dort. Viel Erfolg beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Susako und ich bin jetzt raus.